Hallo, mein Name ist Linda Teutelberg. Ich bin Mitglied des Vorstandes von Gegen Vergessen für Demokratie und 70 Jahre nach der Potsdamer Konferenz gibt es Anlass, darüber nachzudenken, was sie eigentlich bedeutet hat für die europäische Nachkriegsordnung und wo kann man besser darüber nachdenken als am Ort des Geschehens. Wir sind hier gerade im Garten hinter dem Truman-Haus. Das war die noch größere weltgeschichtliche Zäsur als 1918, denn nach 1918 kamen die totalitären Bewegungen in Europa auf. In Russland, in Deutschland und Italien haben sie die Machterung und zwei Staaten, die 1917 erst auf der Weltbühne auftauchten, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika und das bolschewistische Russland, blieben erst mal noch in der Peripherie, auch wenn sie Europa beeinflussten. Sie wurden aber im Zweiten Weltkrieg zu Partnern und teilten an dessen Ende Europa zwischen sich auf.